Welche Sprache? Japanisch. OITEMERA? Da hast du doch schon Deutsch gesagt. Ja, ich hab einen Dialekt da reingehoben, den ich auf dem Anime kenne. OITEMERA, sowas. Ja, ich hab aber dieses Richtige, dieses OITEMERA. Und du sagst das richtig von Deutsch OITEMERA. Ja, das gibt wirklich eine, der das so sagt hat in diesem Anime, die in den Shopping so aufgekackt sind. So, AITEMERA! Also, komm an Yerou! So, 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 so! So, 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 so! So, 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 so! So, 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 so. So, 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 so! Duosch da! Wobei, ne Backe desgah! Ouh, schon wieder in der Fass! Okay, ich geh mal, ähm, ist eben bei... Ähm, ist hier oben. Ähm, ist hier oben. Eigentlich kann ich die Zone nehmen. Lass doch die Zone nehmen, komm raus, komm raus! Ah, okay, fuck it! Das ist sowieso... fuck it! Schwarz, Alter, Double! Lackt! Lackt! Lackt, aber richtig! Ah, ich dachte... Das... Oh, damn! Und eine Kollege da hinten kämpft 1 gegen 2, aber der Held, der nimmt die auseinander! Ach, das war die gar keine Wunde! Ja, jetzt gehst du dort hin! Ja, ich geh da hin! Junge, der hat... Ge-Pasht, Alter, was ist denn im Ehren, Mann? Naja, der Letzte hat den bekommen! Egal, der hat einen guten Job gemacht! Na, Mann! Was miterst du? Ah, dabei jemand! Oh, das liegt denn noch hier? Ja, Mann, der liegt noch hier! Nice! Oh, was? Ja, wie die Lacks! Natürlich! Wir wissen nicht, Alter! Schottomatter, Mann! Oh, Mann! Ich schien die da jetzt, Mann! Und ich schien das, Mann! So, wie musste ich das eigentlich machen! Ich musste es viel flüssiger machen! Oh! No! 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 Oh, warst da von hinten! Ja, ja! Hat er dich auch getroffen mit dem Heavy, oder was? Ja, klar, klar! Denge, Alter! Und dann, ich geh jetzt zu B! Mhm! Wetter Minionskilln! Wenn die A einnehmen, dann kann ich weitere Zone einnehmen! Mhm! Dann sind alle unten! Mhm, ich geh hoch zu C! Okay! Ja, Alter! Lauf, Alter! Du sollst da runterkommen und kämpfen! Ich scheiße! Ich muss auf der falschen Seite! Mhm! Schimmacker! Oh! Ja, ein Minionsblock hier ist richtig hart, Alter, Mann! Nein, nicht blockieren! Ich blöde! Ich hab... Der macht ein Light! Und ich mach ein Heavy, Alter, Mann! Ach, klar! Der Jaijung ist hartnäkig! Der fackt mich einfach nur ab, Alter! Der macht dann nix, Alter, Mann! Du bist nur Campstriesen, du Bix, Alter! Das sah richtig sick aus aus meiner Engel gerade, weil du hast den auch ge... Das ist Rocky, Alter! Du magst! Ja, ohne! Die Valkyrie! Die Valkyrie! Die Valkyrie! Raider! Ich musste grad an diese eine... Ich hab die... Fähigkeit drin! Ja, ich wollte hier damit rum-experienzieren! Das war klasse, das Pirate! Warum... ...Guard-Break denn mit der... ...technisch? Oh, er slaggt! Die Einschläge sind grad fatal, ja! Ja, Mann! Was? Ja, Mann! Ich hab die... ...Greaching-Modus natürlich mal... ...ich nicht! ... toucher... ...ich nicht... ...ich nicht! Ach, wer-eck-Greaching-Modus natürlich... Und seitdem es Jianjong in diesem Spiel gibt, habe ich das Gefühl, dass Jianjong einen verfickten Rage Damage, äh, Rage Fill Buff hat, einfach automatisch. So, Digga, das wollte ich gar nicht mehr machen, Alter. Meine Güte, Alter. Das war echt zu hart gerade. Oh meine Güte. Digga, das ist das? Digga, das ist das. Ja, dann haben wir, äh, ne, fangen wir erst gar nicht so an, natürlich. Ja, aber, na, na, na. Die Mission ausgerottet. Ja, ich bin schlecht, schlecht. Ah ja, ist klar. Okay, ich setz mal hier jetzt ein. Was ist denn gerade los mit diesem Läckse, Alter? Oh, fuck. Eie, eie, ist klar. Der ist ne Trap. Er aktiviert mein Trap-Card. Und er spammt Light. Der Jianjong fällt uns den Lines. Der ist Prestige 49, Alter, und es ist ein Light-Spammer. Und er geht zu B und werdet da, äh, und werdet einfach da jetzt sagen, dass die nicht mehr für Minions waren. Und sind alle hier in der Mitte. Ich hab ein richtiges Stück gehabt, Leute. Ähm, wo geh ich jetzt hin? Die sind in der Mitte? Okay, dann weiß ich, wo ich hinkomme. Okay, der eine hat sich verprissen, der ist hochgegangen. Der eine ist hier bei A. Aber ich prioritiere mich jetzt hier auch. Ey, diese Minions facken ja mal richtig ab hier gerade. Schnauze. Also von oben auf, pass von oben auf, ne? Pass von oben auf. Da ist niemand, da ist niemand. Sein Sohn hat mir gerade diesen einen schmackhaften Execution Kill nicht versorgt, aber er hat sich nur eine Minions killen wollen. Ja, Digga, was dieser, der Kriegfürst und ich harmonieren so hart, Digga, da timet seine Head-Bots immer so gut, dass ich einfach in der Heavy landet immer. Good fight, Bro. Und du willst, Alter. Ah, ich hab nicht gewusst, dass du irgendwas hast, Alter. Nope. Ja, okay, der Kriegfürst ist ja dick salty, Alter. Oh, meine Güte. Ja, so tut mir leid. Liegst du da auch irgendwo? Ja, das schliegt mir. Aber time her ab, so, ist das gut, weißt du? Ja, okay, da ist das noch andere. Ja, ich darf einfach richtig fies sein, ich bin einfach richtig fies jetzt. Oh, ich hab auch daran gedacht, um die einzusetzen meiner Fähigkeit. Da sind wir beide. Ja, mach. Wie schon? Wie schon? Die Woden bringen das zu klinetiert, Alter. Das wird mit ganz schnell die perfekte Sitzung lieben, Alter. Die. Die. Da sind alle, Alter, wir sind alles wieder in der Tiere, Alter. Es war aber nicht alles, Alter. Sie sollten jetzt ganz schnell lieber die Sitzung lieben, Alter. Ich bin der Runde, ich bin der Runde, ich bin der Runde.